Oh, ich wollte den Doppelgänger-Stil ausrüsten, weil ich den auch mal ausprobieren wollte. Und sind gleich zwei Dantes auf dem Bildschirm, oh Gott, zwei, die mir auf den Keks gehen. Das kann ja heiter werden. Ach du Scheiße, wo bin ich jetzt gelangt? Sehr nebelig, der Boden zumindest. Welcome. What do you think of the literature fossiles Image? It's like staring into a backed-up toilet. Why do you always stick your nose in other family's business? Come on, dude, don't you have any hobbies? Ich bin ein bisschen zufrieden, Herr Schoen. Du, mein Vater war nicht so hideos. Kannst du dich nicht auf mich sehen? Insofern, diese Forme ist besser. Wir beginnen mit dem Event. Okay, jetzt besiegen wir den aufhalten. Ja, klappt ganz gut. Boah, in dem hast du welche mal dafür? Ja, ich stelle. Was sind das für Viecher? Das sind Piranhas. Mal da draufschießen. Da bist du ja wieder, du hässliches Etwas. Da haben wir die Demon-Power jetzt. Immer fester auf die Fresse. Ich schufe... Ich gehe schon wieder diese Mistdinge ab. Sie möchte gern Piranhas. Na egal, jetzt weiß ich, ob es in sie gehen. Ganz simpel. Und stumpf. Äh, was jetzt? Ich habe das Viech doch nicht besiegt. Nein, es ist nicht so stark. Du bist nichts, was ich habe. Du kannst nicht einen puren Demon. Er ist nicht so stark. Was ist das? Ich habe das. 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 Du bist ein sehr, sehr, drammatisches Entrance und steinst mein Spotlight. Was? Du kannst nicht glauben, dass er sein, der Name der Naut. Jetzt, dass du es sagst. Du bist richtig. Du solltest den Ange zu verfeiten, oder? Defeiten die Power der Falle? Du solltest die Sparta sein! Du solltest du wissen, dass du nicht kontrollierst die Power der Sparta. Du hast deine Zeit verraten, buddy. Ich denke, du musst lernen die Hardware. Ach, kann ich jetzt mit Virgil zusammen kämpfen? Zwilling Steelers müssen wir in diesem Kampf verfügen. Kreis mit Virgil und ihre Seite rufen. Virgil richtet sich nach Dante. Ob er bleibt oder in der ganzen Kampf steht treu. Wie, das ist jetzt irgendwie cool. Es ist schön, dass er da hinten am Rummelden ist, aber wie bringt das gerade den Dings? Einfach im Grunde, er hat keine Schusswerfen. Aber naja. So, das war's mit dem S-Müll-Stück Müll. Zeit, den Müll rauszubringen. So, das war's mit dem S-Müll-Stück Müll. Okay. I'll try it your way for once. Remember what we used to say? I feel it! Jackpot! Not very classy for someone's dying words. Yeah, and that's it! I don't care. I don't care. Ok. Was ist das? 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 Was ist das?